Hallo liebe Studis, ich bin Marc von der Studierendenvertretung der Uni Würzburg und wende mich heute mit einer großen Bitte an euch. Am 19. Oktober findet hier in der Hubland-Mensa die Ersti-Messe statt. Und da wir dieses Jahr keine Tüten rausgeben, haben wir gedacht, wir drehen den Spieß einfach um und machen dieses Jahr die Aktion Erstis packen Tüten. Deswegen würden wir euch darum bitten, zur Ersti-Messe mit einer Tüte voller Winterklamotten hierher zu kommen, also lange Hosen, Schuhe, Jacken etc. Alles was die Geflüchteten in Würzburg und Umgebung zur Zeit dringend benötigen, einfach zuerst die Messe mitzubringen. Wir werden das dann alles sammeln und dann als Sammelspende in die Geflüchtetenunterkünfte in Würzburg und Umgebung bringen. Außerdem findet am Montag, den 19. Oktober, auch noch die Ersti-Party im Tireli statt. Die beginnt um 22 Uhr und auch da werden die kompletten Einnahmen der Party an Geflüchtete in Würzburg und Umgebung gehen. Hoffentlich kommt ihr zur Ersti-Party, hoffentlich kommt ihr zur Ersti-Messe. Und bitte denkt daran, Tüten mit Winterklamotten mitzubringen. Wir freuen uns auf euch. Bis dann!